Es hat mich mein Leben geprägt, was ich da in der Ursula Straße gemacht habe. Das war für mich einer der wichtigsten Momenten meines Lebens. Das hat mich irgendwo bestimmt mein Leben geprägt. Es ist wahnsinnig schwierig, heute einen bleibenden Eindruck zu machen in drei Jahren. Das muss man versuchen, so weit wie möglich, Arbeiten zu produzieren, die eine eigene Unterschrift haben. Das finde ich einfach verdammt wichtig. Wenn ich Leute suche, dann suche ich jemanden, der irgendwo einen Charakter hat. Für die Junge, versucht Charakter und eure persönliche Unterschrift zu finden. Und das findest du nicht in Büchern oder irgendwo anders, das muss man von innen raus. Die Technik ist wichtig, damit man diese Unterschrift schön aussieht. Das ist für mich das Wichtigste.